Das, was ich gleich ansprechen und kritisieren werde, wird einigen nicht gefallen, aber egal. Denn mittlerweile frage ich mich, ob der FCK-Tabellensechster oder mit Nullpunkten Letzter ist. Heute Abend spielt der 1. FC Kaiserslautern gegen den Angstgegner aus Sandhausen. Auf dem Papier und für viele Fans eine klare Angelegenheit. Einfach das System von 5er auf 4er Kette umstellen und der SVS kann die Punkte in guter alter Bayern-Manier per Post nach Laudern schicken. Dass die Umstellung auf 4er Kette im Spiel gegen den 1. FC Magdeburg die richtige Entscheidung war, steht außer Frage. Doch scheinbar verstehen einige Leute nicht, dass die Grundordnung, also die Positionierung des Spieler auf dem Feld, relativ egal ist. Wenn man einen Blick auf die realtaktische Formation im Spiel gegen Kreuter Fürth wirft, fallen einem sehr große Unterschiede auf. Das liegt zum einen an den verschiedenen Taktiken einzelner Spieler oder des gesamten Teams und an verschiedenen Spielertypen. Obwohl Marlon Ritter und Julian Niehus in dieser Saison überwiegend als Sechser zum Einsatz kamen, verhalten sich beide total unterschiedlich während des Spiels. Zudem gibt es Unterschiede im Spiel mit und gegen den Ball, also zwischen Verteidigen und Angreifen. Ein weiterer Punkt ist die Kritik an den Äußerungen von Schuster, beispielsweise bei den Pressekonferenzen. Er redet ja die Gegner immer stark und nicht seine eigene Mannschaft. Und die vielen krankheitsbedingten Ausfälle sind ja auch nur Ausreden. Ist es im Grunde nicht egal, was Dirk Schuster der Presse erzählt? Klar ist es interessant zu wissen, welches Personal zur Verfügung steht und wie viele Zuschauer im Stadion sein werden. Aber ich glaube nicht, dass seine Aussagen irgendeinen Einfluss aufs Spiel haben werden. Was er den Jungs intern während des Trainings oder vor dem Spiel mit auf den Weg gibt, weiß keiner von uns. Doch nach dem bisher sehr guten Saisonverlauf wird er wohl wissen, wie man eine Mannschaft auf ein Spiel vorzubereiten hat. Und zu guter Letzt gehe ich noch auf die teilweise unverständliche Kritik an Spielern ein. Solche Kommentare nach Philipp Clemens Auftritt beim SWR kann ich absolut nicht nachvollziehen. Erstens gibt es in der aktuellen Saison überhaupt keinen Grund, so einen Quatsch zu schreiben. Und zweitens ist er statistisch gesehen einer der stärksten Spieler beim FCK. Aber die Sympathie für einen Spieler ist wohl wichtiger als Zahlen und Fakten. Und apropos Sympathie. Schuster hat ja angeblich seine Lieblinge, die er immer spielen lässt. Aber als Fan seit einem halben Jahr einen René Klingenburg zu fordern, obwohl dieser keinerlei sportlich wichtige Rolle spielt, erschließt sich mir auch nicht. Damit möchte ich nicht die Verdienste und Leistungen von René Klingenburg und Co. Schmälern, die einen wichtigen Beitrag zum Aufstieg geleistet haben. Dennoch kommt der Verein auch sehr gut mit anderen Spielern zurecht. Und zum Abschluss. Jemand hat sich die Mühe gemacht und seinen Kommentar einfach unter mehrere Beiträge kopiert. Mehr muss ich dazu auch nicht sagen.